Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Prof. Dr. David Floresiak, der als Fintech-Professor an der International University of Applied Science in München doziert. Mithilfe von unter anderem Datenauswertungen, künstlicher Intelligenz, Quantum Computing und Natural Language Processing, kurz NLP, versucht er Erkenntnisse aus dem Finanzsektor zu ziehen, die auch in der Praxis Bestand haben. Immer stärker konzentriert er sich dabei auch auf Kryptowährungen und den DeFi-Sektor. Beispielsweise hat er in der Vergangenheit Whitepaper von ICOs ausgewertet. Welche Erkenntnisse er daraus ziehen konnte und inwiefern uns die Wissenschaft zu besseren Investoren macht, wird er uns im Experts Podcast verraten. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, David. Vielen Dank Sven für die Einladung. Sehr gerne. Ja, und es würde mich natürlich interessieren, wie kommt man als Professor zum Thema Kryptowährung? Waren das dann Studenten oder dein eigenes Interesse? Das war, glaube ich, mein eigenes Interesse primär. Die Idee war auch so ein bisschen, also ich habe mich mit den White Papers beschäftigt. Das war sozusagen mein erstes Kryptoprojekt. Man ist in der Wissenschaft auch immer so ein bisschen nach der Suche nach guten neuen Themen, wo ist noch was zu erforschen? Und das zählt ja wahrscheinlich auch schon darauf ab, worüber wir heute reden möchten. Und der Fintech-Sektor, insbesondere dort, wo ich dann angefangen habe, so 2018 haben wir uns das erste Mal damit beschäftigt, mit den White Papers jetzt speziell oder Ende 2017, war eben sehr populär in der Wissenschaft und es hat einfach auch mein Interesse getroffen. Und genau, dann haben wir uns überlegt, was ist da gerade noch zu machen wissenschaftlich? Was sind coole Forschungsfragen? Wo können wir noch was lernen? Wo können wir auch Sachen finden, die auch praktische Anwendung haben? Und da habe ich dann diese White Papers gesehen und zu dem Zeitpunkt habe ich mich auch mit NLP beschäftigt, also Natural Language Processing, die Auswertung von Textdokumenten. Und das passte dann einfach gut zusammen und so ist dann so mein erstes Krypto- oder Fintech-Projekt geboren. Und wie wurde das von deinen Kollegen aufgenommen? Also war das eher kritisch aufgrund der Konnotation, die ja manchmal nicht so positiv ist, sage ich jetzt mal bei Krypto, dann gab es da auch Gegenwehr? Ja, tatsächlich bin ich so ein bisschen da in meiner Forschungsgruppe auf Widerstand getroffen. Das hast du ganz richtig offensichtlich schon erkannt. Es war so ein bisschen, es ist immer so, mit welchen Leuten ist man zusammen und die Leute, mit denen ich jetzt in der Gruppe zusammen war, die waren nicht so super begeistert von Fintech. Die hatten sich eher mit den super klassischen Finance-Themen auseinandergesetzt. Aber nichtsdestotrotz habe ich einen Kollegen von mir gefunden und begeistern können, den Alexander Schandlbauer. und da haben wir das Projekt dann gemeinsam angegangen. Und ich habe tatsächlich dann auch versucht, da ein bisschen mehr Kryptoforschung zu forcieren und kann ich aber gleich später nochmal erzählen. Wir waren ja auch viel unterwegs mit dem Papier in der ganzen Welt. Du hast da auch den eigenen Anreiz vielleicht, ich sage mal, was rauszufinden, ich will nicht sagen, die magische Formel, um da selbst vielleicht auch dann Profite draus zu ziehen aus der Lehre, aus der Forschung? Ja, das ist bei Fintech eigentlich immer eine ganz gute Idee. Also wenn man sich überlegt, okay, vielleicht kann ich damit selber noch eine cool Investment-Strategie vielleicht entwickeln. Ja, das ist definitiv auch eine Überlegung. Aber es gibt, das muss ich kurz sagen, also vielleicht auch andere Zuhörer, man sollte sich, also wenn ein Forscher eine profitable Strategie findet, wird er die niemals publizieren. Spart man sich dann doch die Veröffentlichungen, die man so gerne hat und auch braucht, aber in dem Fall vielleicht mal nicht. Aber da würde man, glaube ich, lieber das Geld. In dem Fall mal lieber nicht dann wahrscheinlich, genau. Genau, und da würde ich auch direkt hinleiten, nehme ich dir der Frage, wie wissenschaftlich ist eigentlich das Thema Geldanlage, denn wir sehen viele große, bekannte Investoren, ein Warren Buffett, ein Jim Rogers oder ein Andrej Kostolani, das waren jetzt keine Wissenschaftler im klassischen Sinne, sondern die haben ihre Fundamentalanalyse gemacht, haben ihre Erfahrungswerte gehabt und sind damit sehr, sehr, sehr erfolgreich gefahren. Und da würde mich jetzt interessieren, sind da Wissenschaftler vielleicht die schlechteren Investoren oder woran liegt das, dass jetzt die Wissenschaftler gerade eigentlich das große Geld verdienen? Also ich würde nicht sagen, dass die Wissenschaftler schlechte Investoren sind, weil es gibt auch eben, sagen wir mal, Investmentgesellschaften, die sehr wissenschaftlich getrieben sind, zum Beispiel die Man Group ist sehr stark da unterwegs, ein Hedgefund, das sind mehr oder weniger nur noch Wissenschaftler, aber auch viele Physiker, Mathematiker, weil da geht es dann eben um Sphären der Wissenschaft, wo ich auch sagen würde, das ist nicht mehr unbedingt Fundamentalanalyse oder sagen wir mal noch sinnvoll vielleicht in bestimmten Situationen, aber grundsätzlich zurück zur eigentlichen Frage, macht es Sinn, die Wissenschaft und Investment miteinander zu verknüpfen? Und da kann ich einfach nur sagen, natürlich, weil also als Finance-Professor ist das klar, das ist das, was ich den Studenten dann in der Unterricht beibringe, also das 101 in Finance und da ist, ich meine, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört, Harry Markowitz, der Nobelpreis bekommen hat. Portfoliotheorie und genau, Portfoliotheorie ist Investment und die Grundidee von Portfoliotheorie ist auch super simpel, die meisten Privatanleger ignorieren die aber, man sollte niemals in Einzelwerte investieren, sondern nur in ein breit gestreutes Portfolio, um ein systematisches Risiko damit einzugehen, weil nur das ist am Markt gepreist, also wenn ich eine Einzelaktie halte und die sozusagen abschmiert, dann dafür, das ist dann mein eigenes Problem, wenn ich breit gestreut bin, kann mir das so nicht passieren. Und das ist so zum Beispiel die Grundidee von Finance, aber dann muss man auch vielleicht noch sagen, okay, alles, was darüber hinausgeht, es kommen Leute, die entwickeln irgendwie super fancy Investmentstrategien, auch auf wissenschaftlicher Basis, aber da geht es dann eher in so Sphären wie irgendwelche oszillierenden Physikmetriken, die man versucht, in eine Strategie einzubinden, das ist dann meiner Meinung nach Schwassin, aber man kann das auch zeigen, dass das nicht funktioniert, weil da ist auch die Wissenschaft super wichtig, um zu zeigen, wie kann ich eigentlich überprüfen, ob eine Strategie funktioniert und da muss man so ein Backtesting durchführen und das ist einfach, am Ende sind es alle wissenschaftliche Tools, die man einsetzt und am Ende hat Warren Buffett wahrscheinlich einfach auch eine wissenschaftliche Grundregel nur beachtet, obwohl er es vielleicht selber nicht weiß, er hat diversifiziert und er ist sozusagen long term investiert und das kann man, das ist 101 und das kann man eben auch wissenschaftlich zeigen, dass das Sinn ergibt. Das heißt, das Spannende hierbei ist vielleicht auch, dass die Wissenschaft eben die Grenzen aufzeigt, die Märkte sind ja unberechenbar, das Chaos kann ich irgendwie nicht berechnen, wir wissen nicht, was in ein paar Tagen passiert an den Märkten, es gibt zu viele Variablen, irgendwie was passieren kann in der Weltgeschichte, wir wissen nicht, was kann man in der Politik morgen verabschiedet wird und so weiter und so fort, aber dass das eben, was du gerade auch sagst, okay, es gibt halt schon Methoden, die helfen, aber irgendwo ist einfach eine Grenze gesetzt und da wird Wissenschaft auch in absehbarer Zeit nicht, ich sag mal, einen Quantensprung machen können, um das dann doch vielleicht vorherzusagen, zu prognostizieren. Das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, den du ansprichst, weil es ist mit Sicherheit kein, sagen wir mal, so ein Technologieschub, den man bei den Grundlagen der Investments erwarten sollte. Allerdings, so die Grundidee eines Investments ist häufig, dass du ein, sagen wir mal, ein Signal hast und was dir sagt, okay, ich soll zum Beispiel, wenn wir jetzt über Aktien reden, ich soll eine Aktie kaufen oder verkaufen in einer bestimmten Strategie. Und diese Signale sind, also nehmen wir an, wir haben jetzt irgendwie ein Kaufsignal und dann würden wir den Trade durchführen. Dieses Signal, wo kommt das denn überhaupt her? Und da kann man natürlich auch wissenschaftlich, das ist dann aber nicht mehr klassisch Investment Strategie, sondern das sind dann eher so Bereiche wie auch NLP, in dem man Informationen auswertet, um Signale zu generieren. Und da ist natürlich möglicherweise, du hast eben schon Quantencomputing angesprochen, da wollen wir später auch nochmal drüber reden, da sind noch Sachen zu erwarten. Also am Ende muss man das, glaube ich, so zweiseitig sehen. Also du hast einmal die Grundidee von Investments und auf der anderen Seite hast du eben Signale, die bestimmte Tradingstrategien treiben. Aber diese Signale, sozusagen das Ergebnis, wie ich jetzt zu diesem Signal komme, da ist methodisch mit AI und mit allen Sachen doch noch Musik drin. Also auf jeden Fall. Weil du es gerade einfach schon angesprochen hast, lass uns gerne dabei auch bleiben jetzt bei den Quantencomputern. Das ist ja schon ziemlich ein mystischer Begriff, vor dem hat man eher Angst, wenn man den schon hört, so ein bisschen. Kannst du einmal verständlich erklären, dieses Quantencomputing, welche Auswirkungen kann das auf den Finanzsektor eigentlich haben? Was passiert da? Ja, also ich kann ja auf jeden Fall nicht die physikalischen Grundlagen erläutern. Ich glaube, das muss auch nicht sein in diesem Podcast. Genau, das würde mir ein bisschen Schwierigkeiten bereiten. Aber was ich sagen kann oder was mich eben persönlich auch interessiert an dem Quantencomputing ist, dass das tatsächlich, und das ist ja auch in aller Munde, das wird nochmal die Welt revolutionieren. Und meine Frage ist an mich selber oder an meine Forschung auch, wie wird das die Finanzwelt revolutionieren? Und so von der Grundidee, wenn man das jemandem an der Bushaltestelle erklären wollte, könnte man sagen, okay, was ist Quantencomputing? Stell dir einfach nur vor, du hast auf einmal einen Computer, der, sagen wir mal, tausendmal schneller ist als dein alter Computer. Und viele haben so eine gewisse Idee bei Kryptografie. Wenn ich auf einmal irgendwie ein super safes Passwort habe mit 16 Stellen, das kannst du dann mit Quantencomputing vergessen, dann muss das irgendwie wahrscheinlich 300 Zeichen haben. Das ist ja die große Angst, die alle haben bei Bitcoin. Können Bitcoin einen Quantencomputer aber stehen? Genau, genau. Aber jetzt zurück zum Finanzbereich. Damit das vielleicht auch mal greifbar wird. Viele kennen sich vielleicht auch der Zuhörer mit Optionen aus, mit Derivaten. Und es gibt bestimmte Derivate, die sehr kompliziert sind, so exotische Optionen. Die muss man, um den Wert und den Preis quasi dieser Option feststellen zu können, muss man eine, zum Beispiel eine Monte Carlo Simulation durchführen. Also du brauchst einen Computer, der immer wieder neue Pfade generiert von dem preisgenerierenden Prozess und dann am Ende einen Preis ausspuckt für das Derivat. Und es gibt Derivate, die sind so komplex, da können wir keine Preise für berechnen. Und wenn wir jetzt aber Quantencomputing haben, können wir auf einmal Preise brechen. Das heißt, es wird neue Finanzprodukte geben durch Quantencomputing. Also das ist zum Beispiel, glaube ich, ein, wo das ein bisschen greifbarer ist. Aber am Ende wird das tatsächlich auch noch, also die ganze Finanz wird wahrscheinlich nochmal neu ordnen. Und das würde mich auch wirklich interessieren, in welche Richtung das gehen kann. Und deshalb möchte ich meine Forschung auch in die Richtung ein bisschen ausrichten. Das könnte mich in der Tat sehr faszinieren. Die Frage, die ich mir oft stelle, okay, welche Technologie wird den größten Impact haben? Man kann es ja oft gar nicht so trennscharf machen, weil es ist ja oft eine Überschneidung, die wir jetzt hier haben. Also das eine baut auf dem anderen wiederum auch auf irgendwie. Kann man das trotzdem so ein bisschen auseinanderhalten? Zum Beispiel künstliche Intelligenz, die Automatisierung von Prozessen, die ich damit sehr stark verbinde, das Machine Learning und Quantencomputing. Also kann man das trennen zum einen überhaupt dann? Oder was wird einen größeren Impact haben? Ist das möglich? Das ist schwierig, glaube ich, voneinander zu trennen. Also man müsste dann ja irgendwie, keine Ahnung, drei Welten haben, die unabhängig voneinander sind. In einer Welt existiert nur Quantencomputing, in einer anderen Welt nur AI, aber nicht zusammen. Das ist die spannende Frage, aber genau, welcher Welt sozusagen würde sich dieser Markt, wie wir ihn heute kennen, sozusagen dieses Wesen oder die Funktionalität des Marktes stärker verändern? Du meinst jetzt meine persönliche Meinung, was ich denke? Ich glaube, Quantencomputing wird das, also weil AI ist nichts Neues eigentlich. Am Ende, AI ist Statistik. Und AI, sagen wir mal, die Formel, wenn man sich das als technische, mathematische Formel vorstellt, die Formel für AI oder für komplexe AI-Modelle, die existieren schon seit 20, 30, 40 Jahren. Aber sie funktionieren jetzt erst, weil wir die Computer-Power haben, um sie wirklich sinnvoll einzusetzen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall sagen, dass Quantencomputing das Ganze verändern wird. Ja, also mehr als AI, weil AI war ja schon immer da. Und gibt es da irgendwie, sagen wir mal, so einen Zeithorizont von der Entwicklung her, wann welche Stufe da erreicht sein wird dann bei Quantencomputern? Das ist eine gute Frage. Also es gibt ja viele Leute, also du kannst dir angucken, also IBM ist ja sehr groß. Also du kannst auch, ich habe auch selber schon den Quantencomputer von IBM angezapft. Also jeder kann frei einen Quantencomputer benutzen für seine eigenen Experimente. Also es kostet nichts, du musst nur ein bisschen warten, bis das Ergebnis da ist. Also du kannst jetzt schon Modelle testen. Natürlich nicht mit der Power und mit der, sagen wir mal, der Ausstattung, die wahrscheinlich dann in der Praxis verfügbar ist in Zukunft. McKinsey beschäftigt sich mit Quantencomputing. Also die Leute, sagen wir mal, die relevanten Player im Markt sind für das Thema schon seit zwei, drei Jahren sicherlich sensibilisiert. Das heißt, also das habe ich jetzt aber auch nur gelesen und das kann ich dir auch nicht so hundert Prozent sagen, aber ich würde sagen, so in zehn Jahren ist das sehr, also es muss die Produktionsreife der Computer, der Quantencomputer da sein und die ist noch nicht da. Wenn wir jetzt sagen, vielleicht in zehn Jahren kann man vielleicht, also wann können wir beide uns einen Quantencomputer leisten? Wenn das der Fall ist, dann ist es sozusagen schon durch. Aber das wäre von der Vergleichbarkeit wie damals mit den Computern und so oder mit dem Fernsehgerät, was am Anfang auch ein Vermögen gekostet hat, keiner kann sich ein Fernsehgerät leisten und irgendwann hat jeder ein Fernsehgerät, sage ich jetzt einfach mal. Und das wäre dann die Kommerzialisierung, dann irgendwann, wo man in der Massenproduktion das dann vielleicht hinbekommen kann. Und okay, ja, sehr faszinierend, da kann man drüber philosophieren, glaube ich, dann irgendwann auch, was das verändern wird dann irgendwann auch. Und vielleicht ein anderer Bereich, den du immer wieder angesprochen hast, auch gerade ist ja das NLP. Du hast es schon so ein bisschen erklärt. Mich würde dabei nochmal interessieren, so für die Praxis nochmal. Was kann ich da nochmal, vielleicht auch an Beispielen rausziehen für mich, vielleicht auch auf den Kryptosektor bezogen? Ja, also das ist auch, NLP ist eine Methode. Also wir sprechen häufig über AI, ist eine Methode. AI kannst du überall einsetzen, nicht nur in Finance oder im Kryptobereich. Du kannst NLP auch überall einsetzen. NLP wurde auch und wird in verschiedensten Bereichen eingesetzt. Im Bereich Finance oder im Bereich Investments ist es interessant, weil du zum Beispiel, und das ist eine ganz simple Geschichte, die habe ich auch mit Studenten schon gemacht. Die machen die dann sozusagen als Abschlussarbeit. Die laden sich sozusagen die Daten aus der Twitter-API. Das heißt, du hast Tweets. Und das kann wirklich jeder zu Hause auf seinem Computer machen. Kannst du auch in der Cloud machen. Kannst du den Tweet mithilfe von NLP, also mit dieser Methodik, kannst du den lesen, den Text. Also was steht eigentlich in diesem Tweet drin? Und das hängt jetzt von der NLP-Methode ab. Also eine ganz simple Methode ist zum Beispiel die Sentiment-Überstimmung. Sentiment bedeutet quasi so eine Art Stimmungsindikator. Am Ende übersetzt heißt das, ich lese einen Tweet und ich stelle mir die Frage, ist dieser Tweet jetzt positiv oder negativ oder neutral zum Beispiel. Du kannst aber auch noch ganz viele andere Klassifizierungen machen, aber sagen wir mal, die drei könnte man sich überlegen. Und dann ist es eine Classification-Exercise. Also du hast einen Algorithmus, der den Tweet liest und klassifiziert in positiv, neutral oder negativ. So und dann kommen wir wieder zurück zu dem Thema Signale bei Investmentstrategien. Wenn jetzt ein Tweet zum Beispiel von Siemens oder auch über einen Krypto, also News über Kryptos, über vielleicht eine kleinere Coin oder einen Token. Weil bei Bitcoin wird das wahrscheinlich schwierig sein, dass da wirklich was passiert. Aber sagen wir mal, für einen kleineren Token gibt es Neuigkeiten in irgendeinem Feed. Und der Computer liest das. Die Nachricht ist negativ oder viele Nachrichten sind zugleich negativ. Und das löst ein Signal aus, um den Token zu verkaufen. Das heißt also, deine Investmentstrategie ist dann vielleicht eine simple Long-Short-Strategie. Das heißt also, du kaufst und verkaufst sozusagen in einem bestimmten Verhältnis zueinander. Und da kann mir eben NLP helfen, diese Signale zu generieren oder auch vielleicht auch zu verstehen. Würdest du persönlich in deinem eigenen Anlagestil auch darauf setzen? Das darf man wahrscheinlich gar nicht laut sagen. Ich bin gar nicht so stark investiert. Ich stecke mein Geld gerade noch. Also ich, sagen wir mal, ich werde es auf jeden Fall. Also ich habe gerade andere Investments zu tun. Aber genau, also ja, auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Investmentprodukt habe, auch was ich jetzt nicht selber gemacht habe, sondern was vielleicht jetzt ein Investmentmanager für mich macht, zum Beispiel ein ETF auf ein bestimmtes Sentimentprodukt, würde ich natürlich das indirekt machen. Also ich, dass ich mich jetzt selber da hinsetze und das mache, das können, glaube ich, andere sogar noch viel besser. Ich kann es zwar auch, aber ich glaube, da vertraue ich auch. Weil ich kann, solange das nicht alles extremst automatisiert ist, es wird schwierig, sich damit selber zu beschäftigen. Da muss man das in die Leute, in die Hände anderer Leute geben. Mich würde nochmal eine gewisse Vergleichbarkeit interessieren von Sentiment zwischen dem traditionellen Finanzsektor und dem Kryptomarkt. Also von seiner Einsatzfähigkeit oder Sinnhaftigkeit ihn einzusetzen, solche Sentimentanalysen. Kann man das unterscheiden, was wo besser wirkt? Nee, tatsächlich nicht. Also weil am Ende sind, und da können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber reden, wenn ich so die Grundidee von Investments nehme und ich jetzt wieder diese Signale aufnehme, dann sind Kryptos einfach eine Assetklasse. Also du hast, sagen wir mal, sozusagen Rohstoffe, du hast Aktien, du hast Bonds, du hast zum Beispiel so crazy Sachen wie Collectibles oder Oldtimer. Also du hast, es sind einfach alles Investmentklassen oder Anlageklassen. Und auf jede Anlageklasse, sozusagen der Preis von Anlageklasse, wird durch Informationen beeinflusst. Und diese Informationen, ist es mit dem Signal korreliert oder wird beeinflusst, das Signal. Und da kann ich überall NLP nehmen. Ob ich nun Informationen zu einem Token lese mit dem Computer oder ob ich Informationen zu einer Siemens-Aktie lese oder zu einem Oldtimer. Das wird am Ende die gleiche, also das ist einfach eine Methode, die man da einsetzt. Der vielleicht bekannteste Sentimentindex ist ja der Fear and Greed Index. Da würde mich deine Meinung zu interessieren. Ist der gut aus deiner Sicht? Ich habe mich damit kurz nochmal beschäftigt. Ich kann dir jetzt tatsächlich nicht die komplette, genaue Konstruktion des Index sagen. Ich weiß nur, dass da gar nicht so viel Sentiment im klassischen Sinne, was jetzt NLP betrifft, drin steckt. Da ist eher mehr so tatsächlich so ein Price-One-Up oder Volatilität und sowas. Volatilität ist mit drin, was aber sinnvoll ist. Weil Volatilität ist immer ein guter, also sagen wir, eigentlich ist nur implizite zukünftige Volatilität sinnvoll. Das haben wir sozusagen in den Optionen. Da gibt es den VIX-Index zum Beispiel. Der wird auch so der Markt-Fear-Indicator genannt. Das ist aber sozusagen eine Volatilität, die sozusagen aus Optionen rausgerechnet wird, die Händler quasi erwarten. Das heißt, das ist eine zukunftsgerichtete Analyse oder Bestimmung dieser Volatilität. Und ich glaube, in dem Fear and Greed Index ist wahrscheinlich eine historische Volatilität drin. Also eine, die nicht zukunftsgerichtet ist, weil du gar nicht sozusagen die Optionen so in der Masse hast. Irgendwie, was dann dadurch teurer wird, glaube ich, ist das, dass Optionen schon nicht dann teurer werden, wenn ich da schon eine hohe Volatilität habe. Ja, die Volatilität führt dazu, dass, würde ich sagen, wenn du zum Beispiel so eine Call-Option hast, so eine Kauf-Option, dann wird die teurer, weil du ja sozusagen, also jede Option auch eine kurze... Mehr Upside, mehr Chance habt. Genau, oder Downside, weil Volatilität ist ja nur nach oben und nach unten. Klar, ja. Okay, ja spannend. Und gäbe es sozusagen für dich, wenn du mit dem Fingerschnipp sozusagen den perfekten Indikator machen könntest, was wird da so drin? Hast du da so eine Vorstellung irgendwie oder... Für was? Für deinen perfekten Sentiment-Indikator, wenn du den bauen würdest sozusagen, wie du aussehen? Das hängt natürlich von dem underlying Asset ab, also von der Under-Klasse, die ich habe. Bitcoin. Bitcoin zum Beispiel. Ja, da würde ich wahrscheinlich verschiedenste, also Informationen auch sicherlich viele, die auch in dem Fear & Greed Index drin wären. Aber was mir da wahrscheinlich fehlen würde, wäre auch die tatsächliche Stimmung aus News und sagen wir mal idealerweise zum Beispiel auch aus Expertenbefragungen oder aus Privatinvestorbefragungen. Weil ich glaube, wenn Investoren die Marktstimmung fühlen und beschreiben in Tweets, in Kommentaren zu Artikeln, in allen möglichen textuellen Dokumenten, dann kann man diese Dokumente auswerten. Und die werden, aber das würde es zeigen, also das müsste man zeigen, die haben dann eine Auswirkung auf sozusagen die Entwicklung des Bitcoin. Nicht, dass ein Privatinvestor in Deutschland den Bitcoin-Kurs beeinflussen kann, aber sozusagen der würde, die Meinung oder die Berechnung eines, die Schätzung eines Privatinvestors ist mit dem Markt korreliert. Das heißt also, es ist quasi so eine Art Schwarmintelligenz, die man dann nutzen könnte. Okay, das klingt plausibel. Also ich erweitere sozusagen nochmal die Datengrundlage, die ich habe und vielleicht sowas wie ein IFO-Geschäftsklima-Index. Habt da nochmal Entscheidungsträger vielleicht auch, die besonders großen Impact haben auf die Wirtschaft? Die können aber wiederum auch tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen mehr Einfluss oder haben auch bessere Informationen, teilweise noch als Privatinvestor auch. Klar, wenn Sie vielleicht gerade sehen jetzt gerade so, okay, oh, Energiekrise im Unternehmen, wir haben jetzt bilanziell, müssen wir Kosten senken oder so. Dann ist es natürlich vielleicht ein guter Indikator jetzt auf DAX-Unternehmen bezogen jetzt, okay, wo geht die Reise hin? Also lieber von einem DAX-CEO sozusagen die Auswertung als jetzt von irgendjemandem dann. Ja, das wäre spannend, an diese Daten alle ranzukommen, dann da vielleicht irgendwann noch bessere Sentiment-Indizes bauen zu können. Sehr cool. Können wir ja vielleicht sonst mal machen, mal BTC-Echo einfach, dass du mal unsere Daten nimmst und vielleicht schaffen wir da ganz tolle Auswertungen zu machen. Das könnte man tatsächlich machen, also das ist nicht absurd. Können wir uns mal nachzusammensetzen sonst. Bei einem Bier. Bei einem Bier, genau. Und noch ein ganz anderer Bereich, mit dem ich über dir sprechen wollte einfach, ist der Bereich White-Paper-Analysen. Denn das ist ja auch ein großer Forschungsbereich von dir gewesen, von ICOs oder von Token-Sales. Und die hast du dir genauer angeschaut. Kannst du vielleicht mal so ganz kurz erörtern, worum ging es dabei? Was war da so der Ansatz von euch? Ja, es ist ein, also ich kann, ich versuche das mal so, wie man das typischerweise so als Wissenschaftler sagt, was machst du da eigentlich? So ein Abstract. Genau, ja, aber ich versuche das immer so zu machen, dass es auch wirklich jeder versteht. Aber was trotzdem wichtig ist, ist die Struktur. Also du sagst erst, was ist deine Forschungsfrage? Was wollten wir eigentlich erforschen? Was wollen wir eigentlich wissen? Dann, wie haben wir das gemacht? Wie haben wir das quasi versucht zu testen? Und dann, was ist eigentlich rausgekommen? Also so eine Art Dreiklang, wie man dann berücksichtigen muss. Die Frage, die wir uns gestellt haben, war, sind ICO, also Unternehmen, die ein ICO machen, die das White-Paper schreiben, bleiben in der Lage, mithilfe des White-Papers ein, was wir in der ökonomischen Theorie nennen, ein Qualitätssignal auszusenden, um zu sagen, hey, ich bin ein guter, ja, oder ich bin ein guter Typ, ja, versus ich bin ein schlechter Typ. Also mit Typ heißt es, ich bin ein schlechtes Unternehmen. Und das war unsere Forschungsfrage. Das klingt vielleicht jetzt noch ein bisschen abstrakt. Ich versuche es gleich noch ein bisschen konkreter zu machen. Am Ende, du gibst eine Information, also wie haben wir das dann gemacht? Wir haben uns erst mal die White-Paper angeguckt und wir haben NLP benutzt, um den sogenannten Informationsgehalt eines White-Papers zu berechnen. Also wir haben wirklich fast 3000 White-Papers mit dem Computer gelesen, also das geht natürlich ganz schnell, ja, oder relativ schnell, und haben dann geguckt, welche Informationen stehen eigentlich da drin? Und diese Informationen von einem White-Paper, sagen wir mal, heute würde ein neues ICO-White-Paper irgendwo auftauchen. Dann haben wir geguckt, die Information, die bereits im Markt drin war von allen existierenden White-Papers, aus der gleichen, sagen wir mal, Industrie und aus den letzten 90 Tagen ungefähr, also man muss es immer so ein bisschen einschränken. Dann haben wir geguckt, ist diese Information, die in einem White-Paper, das jetzt gerade sozusagen neu rausgekommen ist, ist das einfach nur eine bloße Kopie von Informationen, die schon im Markt drin waren, ja, aus der gleichen Industrie und so weiter? So eine Art Plagiat-Checker, könnte man sagen. Dann haben wir geguckt, also haben die einfach nur überall irgendwo was abgeschrieben. Was über der Reihe gemacht, die alle auch schon hatten, ja. Genau, genau. Oder ist das wirklich was Neues? Und die ökonomische Theorie sagt dann, nur wenn du wirklich neue Informationen in den Markt reingibst, ja, und nicht irgendwie so einen Abklatsch von alten, was intuitiv auch irgendwie klar ist, ja, dann kann das, dann kann, die Betonung liegt auf kann, kann das ein Signal sein, was ermöglicht, den potenziellen Investoren zu zeigen, hey, ich bin ein guter, ich bin ein gutes Unternehmen. Das ist super interessant für Investoren, also wenn die dieses Tool haben, auch nicht gerade ein VC oder auch ein privater Investor, ich habe ein neues Projekt, ein cooles White-Paper, denke ich mir, jo, da will ich vielleicht bald investieren. Wenn ich das sozusagen drüber laufen lassen würde, wäre das jetzt mal ein super Indikator für mich. Ja, tatsächlich, also, das muss ich gleich auch nochmal erzählen, wir waren auf einer Konferenz in Toronto, auf so einer Fintech-Konferenz, haben das da vorgestellt und nach meinem Vortrag kam dann so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ein bisschen ominöser Typ, kam da zu mir. Ein Krypto-Guide. Ja, aber das war eher nicht so wirklich ein Krypto-Guide, das war, er hat sich als Family-Office-Vertreter vorgestellt und gesagt, boah, er findet das voll cool, was wir machen, wir würden gerne so investieren, wie du das uns gerade gezeigt hast und ich hatte da so ein bisschen noch was gezeigt, was wir am Ende gar nicht ins Pepper reingeschwimmen, wir haben da schon drüber geredet, eine eigene Investmentstrategie gemacht, aber ich kann mit eigener Überzeugung sagen, die hätte damals auch noch nicht funktioniert, das ist jetzt möglicherweise anders. Wir haben quasi die Signale, wieder zurück bei den Signalen, Signalen aus den White-Papern genutzt, um die in eine Investmentstrategie mit ICOs einzubetten und konnten aber eben leider im Backtesting nicht zeigen, dass die wirklich gut funktionieren würde. Das lag aber auch ein bisschen in der Datengrundlage, ich bin noch überzeugt, dass es eigentlich gut funktionieren müsste. Aber nochmal kurz zurück, dann haben wir dieses Signal aus dem White-Paper extrahiert, kann man sagen, und dann haben wir gezeigt, und das ist eben das Fatale und da wollen wir heute auch ein bisschen drüber sprechen, es gibt ja Experten in der Kryptowelt und gerade so auf Plattformen wie ICObench.com war das sehr populär. Also die Datenlage, die wir nutzen, ist sozusagen von 2016 bis 2018 gewesen, aber schon so in dem... Oh, das war die ganz schlimme Zeit noch. Ja, genau, aber sehr gut für uns, weil jetzt würden wir gar nichts zeigen können, weil da nichts passiert im Markt gerade. Aber wie gesagt, wir hatten quasi alles, wir hatten den Upswing und den Downturn, wir hatten alles drin und das verändert natürlich auch die Art und Weise, wie du ein White-Paper schreibst. Also du adressierst es ja immer an den Markt und auch möglicherweise an den Marktstimmung. Genau, aber was das Problem ist, was wir aufzeigen, ist, dass diese Experten, und ich muss sagen vermeintliche Experten, dass die aus der Theorie, also die geben Ratings ab. Am Ende sagen die, ein Externer sagt, das ist ein gutes Unternehmen oder ein schlechtes Unternehmen. Das sagen die ICO-Unternehmen, versuchen das ja über ihr White-Paper zu sagen. Und wir haben natürlich viele Privatinvestoren, die in ICOs investierten und die können jetzt erstmal vielleicht gar nicht so viel mit dem White-Paper anfangen, was da so drinsteht. Dann guckt man natürlich auf die Meinung der Experten. Und weil die sollen das ja besonders gut können und aus der Theorie gesehen sind die dann Finanzintermediäre. Also sie versuchen die Informationsasymmetrie, also den Vorsprung oder das, was das eigene Unternehmen weiß und den Investoren zu verringern, dadurch durch die Expertise. Problem war nur, und das haben wir eben über eine empirische Überprüfung zeigen können, und wir finden Evidenz dafür, dass diese Ratings am Ende tatsächlich das Signal, wenn ein gutes ICO versucht hat zu signalisieren, ich bin ein gutes ICO, haben die Experten das mehr oder weniger verzehrt. Weil viele dieser Experten tatsächlich schwarze Schafe waren und bestimmte Promotion gemacht haben für schlechte ICOs, um eben Privatinvestoren abzuzocken. Das waren dann praktisch Kontraindikatoren, weil sie im Zweifel gekauft waren und das hat überhaupt nichts mit qualitativer Auswertung zu tun, sondern am Ende waren es eigentlich nur, wenn es besonders hoch gejubelt worden ist und ich die Fünf-Sterne-Bewertung hatte, war das eher schon ein Kontraindikator als das Projekt mit drei Sternen vielleicht, weil es einfach nicht die Promotion hatte. Genau, ja. Also die Promotion, und das ist eben auch, was wir sehen, dass die Promotion sehr an extremen Einfluss gehabt hat. Also die Privatinvestoren gucken natürlich dann nur auf die Ratings. Ist ja klar, wenn du bei Amazon was kaufst, guckst du auch auf die Ratings. Aber wir haben tatsächlich die Literatur von Online-Reviews auch genutzt, auch Methoden von denen, um eben aufzudecken, welche sind eigentlich fake und welche nicht. Genau, und hier haben wir leider eben gefunden, dass diese Ratings eben den Markt eigentlich eher schlechter gemacht haben. Und eigentlich, wenn das Rating echt ist, dann sollte das den Markt verbessern. Hier hat es den Markt verschlechtert. Was aber in einem Markt, und da wollen wir ja später auch noch drüber reden, über Regulierung, der zu der Zeit ja komplett unreguliert war. Jeder kann sich, also erstmal reguliert von dem, wie ich sozusagen Geld über ein ICO einsammeln kann, als Unternehmen, was White Paper angeht, als auch die Experten. Die können ja alles machen. Das war ja der wilde West oder ist auch immer teilweise noch der wilde Westen. Und es ist ein so wichtiger Markt. Aber das Tolle ist, dass wir jetzt eine sehr interessante, gute Regulierung bekommen, um diesen Markt eben, sagen wir mal, zu schützen und den aufleben lassen zu können. Mich würde jetzt noch vorab interessieren, zum Beispiel die Länge eines White Papers. Gibt ihr auch Aufschluss über die Qualität des Projektes die Ausführlichkeit? Oder gibt es da keinen Zusammenhang? Nee, eigentlich nicht. Also tatsächlich, das konnten wir nicht zeigen. Das gucken wir uns auch an. Wir gucken uns natürlich alle möglichen Faktoren an, um zu sehen, welche sind eigentlich gut. Also wir können das natürlich im Nachhinein sagen, okay, die haben gut performt, die haben gut Geld eingesammelt. Und die sind, das sind gute, oder die haben eben über unseren Indikator, die haben wirklich neue Informationen in den Markt über das White Paper gegeben. Und das nutzen wir eben auch aus. Gab es noch andere Merkmale von Scamprex? Wir hatten gerade darüber gesprochen, okay, extrem auffällige Ratings für Light oder Promotion. Aber gab es noch etwas anderes, was euch aufgefallen ist bei Ihrer Analyse? Also sowas, wir haben ja gerade über Sentiment gesprochen. Das hatte eigentlich auch keinen Einfluss. Also es ist vielleicht positiv korreliert miteinander. Man muss immer Korrelation und Kausalität auseinanderhalten. Im Zweifelsfall, wenn etwas zu gut, ich glaube, da muss man auch ein bisschen Menschenverstand dann walten lassen, wenn etwas zu gut beschrieben wird, dann ist es eher, sagen wir mal, unseriös und im Zweifelsfall falsch. Also bei manchen White Papers hat man das schon gesehen, dass das nur ein Scam ist. Also das war so schlecht gemacht. Genau, aber sonst ist es schwierig. Also je mehr Informationen gegeben werden, und das ist eben auch die ökonomische Theorie, Wenn ich als ICO im White Paper eine Information gebe, die ein anderer nutzen könnte, dann bin ich so überzeugt von meiner Sache und ich weiß, dass ich das vielleicht schneller entwickeln kann oder dass ich es sozusagen nur ich entwickeln kann, dann bin ich auch bereit, diese Information zu veröffentlichen. Zeige damit als Signal dem potenziellen Investor, ich kann das und deshalb veröffentliche ich diese Information. Und deshalb ist das Signal, was sie aussenden, tatsächlich, also kostet die Unternehmen was, weil sie quasi private Informationen freigeben. Aber sie sind sich so sicher, dass die anderen, die Schlechten, das gar nicht machen können, weil es einfach nur Fake ist, die Schlechten. Und was natürlich auch Investoren überzeugen müssen, dass sie sagen, boah, die Investoren, ich habe das vielleicht verstanden und das ist echt gut und deswegen müssen die in Vorleistung gehen, vielleicht auch mit diesen Informationen. Da würde mich interessieren, wie glaubst du so die Entwicklung? Also es gibt natürlich jetzt nicht mehr diese ICOs von damals so, aber natürlich gibt es trotzdem neue Projekte. Es gibt neue Blockchain-Protokolle, die entstehen, wo dann auch White Paper dazu geschrieben werden. Ist das überhaupt noch vergleichbar zu damals oder muss man es heute alles neu bewerten, wenn neue Projekte auf den Markt kommen? Sprichst du jetzt, also meinst du die, die, alles was... Tokens, Tokens, die gelistet sind an der... Neue Token, die jetzt entstehen, ja. Also ich meine, die Grundidee ist ja von... Also die Methodik ist eigentlich immer wieder die gleiche an der Stelle, weil so ein ICO, wenn man so ein Security-Token-Offering sich angucken würde, also die meisten, und das ist eigentlich auch das Wichtigste, sind die Utility-Tokens, also für die Zukunft, ja. So ein Security-Token-Offering ist das genau das Gleiche, wie als ob ich eine Aktie an den Markt bringe, ja. Und du sprichst jetzt die neuen Projekte an, das sind alles dann wieder einfach nur ein neues Projekt, ja. Es sind natürlich neue Informationen da, aber unsere Methodik, wenn sie sich das White Paper angucken würde, würde natürlich immer eine relative Identifikation der Informationen vornehmen, weil wir ja gucken quasi das, was die geschrieben haben in den White Papers, die zuvor schon veröffentlicht wurden in der gleichen Industrie, also dann in der Blockchain-Industrie, damit haben wir das abgegriffen, oder diese, sagen wir mal, Industrie-Klassifikation, Blockchain, und eben das, was sozusagen in den letzten 90 Tagen zum Beispiel veröffentlicht wurde. Also das würde sozusagen die gleiche Methodik wieder zum Tragen bringen. Nun hast du gerade auch schon von Security-Token gesprochen, also digitalen Wertpapieren, und die unterlegen ja ganz klassisch der Finanzaufsicht. Da brauchst du einen Wertpapier-Prospekt, wie wir es eben von klassisch urkundlich verbrieften Wertpapieren kennen. Wäre es da vielleicht nicht auch sinnvoll, dass man jetzt White Paper generell, also jetzt nicht Security-Token, sondern eben Utility-Token, auch ebenfalls gewissen Regeln unterstellt, dann Formregeln auch durch Behörden eben in der EU zum Beispiel, dass man dann mehr Standards schafft und Sicherheit schafft, dann auch für Verbraucher und respektive Investoren? Ja, auf jeden Fall. Und du weißt es ja auch, es gibt ja die Mika, also die neueste Regulierung für die digitalen Assets, kann man sagen. Und das fand ich, also das hat mich persönlich gefreut, als ich das gelesen habe, dass dort wirklich die White Papers einen extrem wichtigen Punkt einnehmen. Also was will diese Regulierung machen? Die Regulierung will eigentlich immer, also auch im normalen Markt, will die Investoren schützen, will aber zugleich auch einen Markt ermöglichen. Und ich habe vielleicht einen ganz, ganz mini kleinen Exkurs, ich habe ein anderes Paper geschrieben zu den sogenannten OTC-Markets. Also das sind so die, die kennen vielleicht auch viele der Zuhörer, so Penny Stocks, also Wolf of Wall Street kennt man das noch, diese Pink Sheets. Und es gab tatsächlich einer deutschen, einer Frankfurter Wertpapierbörse im Freiverkehr, der wurde 2008 einmal neu geordnet. Und es gab so ein Board oder ein Segment, das hieß First Quotation Board. Und in diesem Board, das ist so, das kann man tatsächlich sogar vergleichen mit dem, was in dem ICO-Markt passiert ist am Anfang. Überhaupt gar keine Regulierung, aber wir sind an einer deutschen, wir sind in Frankfurt, ja sozusagen. Es war also eigentlich keine Regulierung im Sinne von, also die Unternehmen, die dort gelistet wurden, brauchten keine Information. Kein Prospekt, kein Prospekt. Kein Prospekt, kein Prospekt, gar nichts. Und dieser Markt ist tatsächlich, und ich weiß nicht, ob du das was sagst, aber der Markt für Lemons von Ackerloff, genau. Hätte ich damals in der Uni gehabt, das war VWL-Vorlösung, diese inverse Selektion irgendwie, oder das ist sozusagen die adverse Selektion, genau. Und das ist genau das, was passiert ist, und das kommt jetzt der schließende Kreis, das ist, was ich eben gesagt hatte, mit dem guter Typ, schlechter Typ, bin ich ein gutes ICO, bin ich ein schlechtes ICO. Dieses Problem hatte man in diesem First Quotation Board in Frankfurt auch, ja, und das hat natürlich, wenn du nichts als Unternehmen an Informationen quasi beibringen musst und trotzdem an der Börse gelistet sein kannst und deine Aktien verkaufen kannst, ja, dann zieht das natürlich Betrugsfirmen an, wie mögliche Vergleichen, die man jetzt nennen könnte, ja. Und, ja, das ist einfach so gewesen, und das zeigen wir in diesem Paper, das ist ein klassischer Market für Lemons gewesen. Es waren am Anfang, also es sind ja auch legitime, gute Firmen potenziell dabei, ja, aber es werden einfach durch, wenn du einfach gar keine Regulierung hast, wenn du nichts machst, dann kommen auch ganz, ganz viele schlechte. Und dann kannst du dir überlegen, wenn du nicht mehr weißt, wenn ich jetzt in ein Unternehmen investiere, und ich versuche schon wirklich alles zu, meine Due Diligence zu machen, ich versuche Informationen zu sammeln, aber am Ende sind 90 Prozent, oder es reicht ja schon 20 Prozent, stell dir vor 20 Prozent der Unternehmen sind Betrugsunternehmen. Würdest du in diesen Markt investieren, ja, das führt dazu, dass immer mehr Betrugsunternehmen kommen, immer mehr gute Unternehmen aus dem Markt rausgehen. Da rausgehen, genau. Der Anreiz verschwindet für die guten Startups, im Zweifel dann dort sich nur listen zu lassen, weil sie kein Geld kriegen oder nur sehr schwierig Geld kriegen, dafür Promotion machen müssen, die eigentlich nicht mehr im Verhältnis stehen, und was passiert? Der klassische Ackerloff, die Ackerloff-Vorhersage, der Markt bricht zusammen. Das heißt, der Markt existiert nicht mehr. Und diese Gefahr, aus dem Beispiel aus Frankfurt, also die BaFin hat den Markt dann geschlossen. Also die BaFin hat auch viel zu spät reagiert, auch wie zum Beispiel bei Wirecard. Aber, also die haben uns die Daten gegeben, die waren sehr kooperativ und sehr nett, damit wir die auch auswerten können als Forscher. Aber die haben, wie gesagt, den Markt, also Frankfurt hat gut daran verdient, weil es ist auch immer, viele Privatinvestoren haben ganz, ganz viel Geld verloren. Die Börse Frankfurt hat gutes Geld, natürlich mit den Fees. Ich will die jetzt auch nicht sozusagen dafür, also die müssen Geld verdienen, und das ist auch gut, wenn ein Markt funktioniert. Aber der Markt ist einfach komplett zusammengebrochen. Und genau dieses Beispiel, es sind vergleichbare Unternehmen, das wären jetzt die ICOs von, ja sagen wir mal vor zwei, drei Jahren, so wo der Markt eben ganz krass gestiegen ist. Am Ende haben wir dann eine sehr vergleichbare Situation. Ganz, also wir haben legitime, gute Unternehmen, aber wir haben auch ganz viele schlechte. Und wenn einfach null Regulierung da ist, dann zieht das die schlechten Unternehmen an. Und dann kann der Markt zusammenbrechen. Und das bei den ICOs wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Und da bin ich jetzt einfach so glücklich, dass die Regulierung eben die White Papers sehr in den Vordergrund stellt. Das heißt, es müssen wirklich explizite Informationen ganz klar gegeben werden. Also ich bin verpflichtet, also ich kann nicht ins White Paper reinschreiben, was ich möchte. Ich bin verpflichtet, in das White Paper bestimmte Informationen zu geben. Das sind wirklich ausführlichste Informationen, die sehr gut sind, meines Erachtens. Ich habe hier die Regulierung tatsächlich vorliegen. Das sind einmal ganz allgemeine Informationen. Informationen tatsächlich über das Projekt, das, was man typischerweise auch in dem White Paper gefunden hat. Informationen über das öffentliche Angebot von den Kryptowerten, die, wenn sie zu einem Handel zugelassen werden sollen. Dann haben wir mit den Kryptowerten verbunden, Rechte und Pflichten. Und was auch wichtig ist, Informationen über die zugrunde liegende Technologie muss auch im White Paper mittlerweile drinstehen. und Risiken. Und das ist das, was wir auch aus dem Aktienemissionen kennen, dass Risiken explizit beschrieben werden müssen. Und das ist super wichtig. Aber da brauchen die ICO-Imitenten auch wahrscheinlich Hilfe, diese White Papers erstmal zu konstruieren. Freuen sich die Anwälte dann im Zweifel auch nochmal, wenn sie einen Gegenchecken müssen. Ja, bestimmt. Was zeigt, finde ich sehr schön, dass Regulierung eben doch auch dazu helfen kann, einen Markt besser zu machen. Dass es eben nicht nur ist, okay, mal komplett freies Spiel zu lassen sozusagen, was ja auch viele immer fordern. Sondern nein, es gibt eben auch wissenschaftliche Begründungen, warum Gisselei plagen oder auch Hürden, am Endeffekt sind es ja am Hürden, die ich da auch setze, Sinn machen. Weil in dieser Weise muss ich auch meine Hürde überspringen und darf die Hürden nicht zu niedrig ansetzen, um dann eben auch Betrug zu eliminieren. Cool. Ich würde sagen, da waren super viele Sachen jetzt heute in diesem Podcast drin enthalten, aus sehr vielen verschiedenen Richtungen irgendwie. Und mir hat es gezeigt, okay, Forschung kann echt ja auch in der Praxis einen großen Impact haben, einfach gerade in dem Bereich Finanzen und natürlich auch Kryptomarkt, wo immer noch sehr viel passieren wird. Also, halt mich da gerne auf dem Laufenden. Falls du mal irgendwie die magische Formel findest oder so zum Trading, dann wüsste ich die auch gerne. Und genau, weiterhin viel Erfolg damit. Und wenn ihr da draußen Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.btc-echo.de. Damit sind wir am Ende angelangt und ich wünsche euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.